So Leute und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video, danke fürs Einschalten, herzlich willkommen und wenn ihr noch kein Abonnent an der Stelle seid, gerne unten auf den roten Abo-Button drauf drücken. Jetzt gehen wir direkt mal in ein paar News und ich habe ja gerade gestern ein Video hochgeladen, wo ich darüber gesprochen habe, dass sich der Herr Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, dafür ausgesprochen hat, dass Robert Habeck doch ein idealer Kanzlerkandidat wäre. Und er hat ja mit keiner Silbe Frau Baerbock genannt und so vermute ich mal, sonst würde das jetzt nicht direkt hier in der Süddeutschen Zeitung kurz danach direkt in einem Artikel aufkommen, dass er intern in der Partei ein paar Anrufe bestimmt bekommen hat, ein paar böse Stimmen bekommen hat. Ja, das kann ja nicht sein, wir haben ja zwei Vorsitzende, wir haben ja diese männliche, weibliche Doppelspitze mit der Frau, die die Kobolde in den Akkus vermutet und dem Mann, der nicht weiß, wie die Pendlerpauschale berechnet wird. Und dementsprechend muss man es doch anscheinend beiden zusprechen, Kanzlerkandidat zu sein und so hat er sich nämlich dazu natürlich jetzt auch nochmal geäußert, Zitat, Die Grünen können sich freuen, dass sie zwei Bundesvorsitzende haben, die beide Kanzlerkandidaten fähig sind. Die beide Kanzlerkandidaten fähig sind. Ja, komisches Wort. Und meines Erachtens nach sind beide absolut nicht fähig dazu, weil die eine Person, die ich gerade genannt habe, die Dame, ist fachlich absolut unterste Geschiene, wie ich finde. Das ist meine persönliche Meinung. Und, ja gut, der andere ist es eigentlich auch, die eine im technischen Sinne in diesem Bereich, wo, wisst ihr, ich kenne mich nicht mit allen Themen aus. Das will ich nicht behaupten. Ich bin auch irgendwo ein Fachidiot in einigen Bereichen, ja klar. Aber nichtsdestotrotz stelle ich mich dann nicht hin und erzähle dann irgendwas dazu oder stelle gar noch irgendeine Forderung, so wie es Frau Baerbock gemacht hat. Ne, also Strom kann nicht in irgendwelchen Leitungen gespeichert werden. Kobold, Kobolde sind nicht in irgendwelchen Akkus der Autos. Das ist Quatsch. Und genauso ein Herr Habeck, der einfach mal schlichtweg keine Ahnung hat davon, wie eine Pendlerpauschale funktioniert und diese im Klimapaket dann zu kritisieren. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das gefällt mir nicht, das passt mir nicht, das finde ich nicht gut. Gut, aber schreibt eure Meinung jetzt unten gerne rein. Also für meinen Geschmack, grüne Verbotspartei, was anderes stellt sie nicht dar, sind das keine adäquaten Persönlichkeiten, die unser Land führen sollten. Ja und jetzt ist was rausgekommen, was im schwarzbuch.de, Bund der Steuerzahler, nämlich rausgekommen ist und berechnet wurde. Da muss man sich mal wieder an den Kopf fassen und fragen, warum wird da jetzt nicht so öffentlich viel darüber diskutiert und gesprochen, was da passiert ist. Einige von euch, da war der Kanal auch wirklich sehr, sehr klein. Das ist ja in diesem Jahr, danke für den krassen Support, sehr gut gewachsen. Und Ende letzten Jahres habe ich ein Video darüber gemacht, wo das war von mir vielleicht auch im Januar, Anfang des Jahres, weil ich es von dem einen oder anderen Abonnenten zugeschickt bekommen habe, die nämlich ein vom Dieselskandal betroffenes Fahrzeug haben, haben nämlich Post vom Kraftfahrtbundesamt bekommen, wo nämlich nahegelegt wurde, das ist jetzt die Auslegungssache, ich zitiere da lieber mal, Flottenerneuerung, um Fahrzeuge mit moderner Abgasreinigung in den Verkehr zu bringen, wie das Amt im Schreiben mitteilt. So hieß das nämlich wortlaut genau, das Zitat von gerade. Und da ging es einfach darum, also anders, einige Leute, die dieses Schreiben bekommen haben, haben das so empfunden, als wäre das ein Werbebrief von Audi, VW, Mercedes, so in der Richtung und besonders und BMW, weil auch die Kontaktdaten von denen da drin waren. Also ganz genau war es hier, Mercedes, BMW sehe ich jetzt hier und Volkswagen AG.com, also auch noch VW, Audi, jetzt bin ich nicht explizit mit bei, mit Kontaktdaten, allem drum und dran. Und da kann man ja sagen, okay, das ist in Ordnung, aber der Absender ist das Problem. Und derjenige als Absender, der die Kosten dafür übernommen hat. Und das waren nämlich nicht diese besagten Automobilhersteller, die gerade genannt wurden, sondern das waren wir. Wir selber haben es bezahlt, im Sinne davon, mit unseren Steuergeldern, sodass diese Kosten nämlich vom Kraftfahrtbundesamt übernommen wurden. Also quasi wurde dieses Schreiben vom Kraftfahrtbundesamt verfasst und das ging nämlich an insgesamt ca. rund 1,5 Millionen Personen. Das kam nämlich in die betroffenen Städte, wo Dieselfahrverbote androhten zu kommen. Da war das ja alles noch nicht so krass, abgesehen von Hamburg. Und einfach auch in den Regionen da, in diesen Gebieten, in den Bereichen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt. Das Ganze steht hier allerdings mit einem Fragezeichen, 613.000 Euro für amtliches Werbeschreiben? Und da wird nämlich hier im Schwarzbuch darüber geschrieben, dass nämlich Kosten hier laut kleiner Anfrage aus dem Bundestag von rund 613.000 Euro entstanden sind. Und da muss man sich mal überlegen, warum wird hier mit unserem Geld so aus dem Fenster geworfen und agiert, was absolut nicht in Ordnung ist. Kann ich wirklich nur aufs Schärfste verurteilen, finde ich absolut schlimm. Und das, finde ich, ist wieder so eine witzige Sache hier an der Stelle. Einige, die meine kritischen Videos hier wirklich nicht verstehen, die unterstellen mir erstens, ich wäre ein Nazi, zweitens, ich wäre finanziert von der Automobillobby. Ja, sorry. Meine Freundin verklagt VW. Ich berichte darüber hier in diesen Videos. Gerade diese Woche ein neues Video rausgekommen, habt ihr gesehen. Nein, ich berichte hier kritisch darüber, dass hier so etwas mit dem KBR gemacht wird. Also, ich sag mal, hier ist einfach keiner gefeit von meiner kritischen Aura oder wie man es auch immer nennen mag. Und wenn jemand was gut macht, dann sage ich das genauso, auch wenn ich den vorher zwei, drei Videos vorher total gebasht und kritisiert habe. Und ich denke, das ist auch das, was ihr sehen wollt. Und aus diesem Grund wächst der Kanal so gut. Schreibt eure Meinung aber jetzt zu dem Thema gerne unten rein. Ach Leute, und dann gibt es mal wieder was Neues. Hier von den Fridays for Future Aktivisten, Teilnehmern, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ein guter Freund von mir, der Chris, Grüße gehen raus, aus Hannover, hat mich darauf hingewiesen, dass nämlich diese Aktivisten die sogenannte Kröpke-Uhr beklebt haben. Und das ist wohl ein relativ wichtiges Wahrzeichen in Hannover. Das kennt man da auch. Und ich sehe jetzt gerade hier so ein Bild. Ich habe leider keine Rechte daran, deswegen kann ich es nicht einblenden. Können aber einfach mal googeln, Hannover, Kröpke, Uhr, Fridays for Future. Sie sind einfach hingegangen, man muss es auch nicht gesehen haben, ganz ehrlich. Einen großen Pappkarton, eine draufgemalte Uhr, Fridays for Future Logo in der Mitte. Und die Uhr steht auf 5 nach 12. Und damit möchten Sie laut Sprecherin Lu Töllner dazu aufrufen und dazu bekannt machen, ich lese es einfach vor, damit verkennen Sie den Ernst der Lage. Bereits jetzt leiden die Menschen an den Folgen des Klimawandels. Die 5 vor 12 Mentalität ist ein Irrglaube. Wir müssen jetzt anfangen, das Klima zu schützen. Ziel müsse es sein, sich die Erde bis zum Jahr 2100 nicht mehr um als 2 Grad erwärmt wird. Ja, diese Uhr, diese symbolische Uhr, die da drauf gedruckt, gemalt oder whatever ist, steht auf 5 nach 12. Ja, ich weiß nicht, was ich da großartig zu sagen soll. Der Chris, mein guter Freund, werde ich jetzt hier zitieren, er hat es ganz schön gesagt. Es ist eher 5 vor 12 bei der kompletten Verdummung Deutschlands. Also ich glaube, so kann man das gut ausdrücken, was in unserem Land eigentlich irgendwie abgeht. Ich kann es nicht mehr so ganz nachvollziehen. Aber andererseits, ich versuche immer alles rational zu sehen. Andererseits, die sind aktiver als wirjenigen, ich zähle mich jetzt mal persönlich auch mit dazu, die gerne Autofahren, darauf angewiesen sind, auch Auto zu fahren, beruflicher Natur. Wir gehen nicht auf die Straße. Wir machen keine Aktionen. Wir parken nicht einfach mal irgendwo vor dem Bundestag und machen da eine komplette Autoschlange. Wir haben nicht diese Aufmerksamkeit, die denen geschenkt wird. Und das ist ein großes Problem, glaube ich langsam. Denn wenn die so weitermachen, ihr seht ja, was wir für eine Entwicklung in unserer Gesellschaft in Deutschland haben. Wohin und wie sich viele Leute verhalten und entwickeln. Ich sehe wirklich schwarz. Ich sehe wirklich schwarz für Deutschland. Aber wirklich, es bezieht sich ja nur auf Deutschland. Guckt euch die Nachbarländer von Deutschland an. Niederlande, Belgien. Das interessiert die alles nicht. Gerade nach Polen, wie viele Autos von uns. Auf unsere Kosten billig, wirklich unter Wert verkauft werden in die osteuropäischen Länder. Ist unvorstellbar, was wir für einen Werterluster erfahren. Und alle anderen freuen sich im Endeffekt. Und keinem ist dadurch geholfen. Aber wie schrieb jemand so schön? Ich kann das Zitat nicht mal ganz genau hin unter einem der letzten Videos. Ja, Uli, ist doch klar. Wenn ein Atomkraftwerk in Belgien hochgeht, die Atomwolke, die stoppt doch in der deutschen Grenze. Ach ja, Freunde, last but not least, weil es so schön ist, geht es mal wieder um die deutsche Bahn. Und ihr wisst, das ist ja bei mir viel Hass, wenig Liebe, könnte man jetzt böse sagen. Aber ich muss wirklich lange überlegen, bis mir eine ICE-Fahrt einfällt, wo ich nicht zu spät gekommen bin. Wo ich keine Verspätung hatte. Das ist wirklich sehr, sehr selten passiert. Und dementsprechend empfinde ich als Nutzer der Bahn es so, dass man auch guckt, dass die Bahn pünktlicher wird. Und dass man nicht hingeht und sagt, offiziell ist es so bei der Bahn. Die ersten fünf Minuten oder fünf Minuten sind bei der Bahn keine Verspätung. Man kann das ja gerne mal beim Vorstellungsgespräch für einen neuen Job machen oder ähnliches oder auch anderen wichtigen Terminen. Wenn man fünf Minuten zu spät aufs Amt kommt. Also bei meinem Straßenverkehrsamt weiß ich, da wird es schon kritisch, ob du da noch drankommst. Wenn in der Zwischenzeit ein anderer aufgerufen wird, hast du halt Pech gehabt, so nach dem Motto. Aber bei der Bahn, innerhalb von fünf Minuten, ist man wohl noch pünktlich. Lass mal so dahingestellt. Jetzt wird auf jeden Fall, anstatt Taktfrequenz zu erhöhen, Sauberkeit der Züge zu erweitern, ein bisschen vielleicht Entertainment-Programmen zu installieren, überhaupt mal dafür zu sorgen, dass auch Behinderte im Rollstuhl zum Beispiel besser in den Zug reinkommen, es einfacher haben bei dieser Beauftragung für diese speziellen Züge oder ich weiß nicht genau, wie dieses Gerät heißt, wo halt ein Rollstuhl reinfährt und dann wird er hochgefahren und dann kommt er da rein. Dass man das vielleicht auch mal ein bisschen priorisiert und es gibt so viele Baustellen. Nein. Wichtig scheint der Bahn unscheinend zu sein, dass man bequem in der Bahn fährt. Und so sollen nämlich jetzt die ICE 3 und ICE 4 komplett umgerüstet werden. Für über 40 Millionen Euro, glaube ich, waren das. Und liegt bei 40 Millionen Euro Gesamtinvestitionen. Genau. Das Ganze wird gestartet ab März 2020 und soll durchlaufen bis Ende 2021. Dann soll das Ganze fertig sein. Wir können ja mal gucken, vielleicht werde ich nächstes Jahr ein Video machen, wie das so ist mit den neuen Sitzen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das die Priorität sein sollte, wo die Bahn aktuell die Priorität drauf legt. So dass man jetzt bei den Sitzen die Anzeige, ob der Sitz besetzt ist, hier hat. Vielleicht sollte man erstmal dafür sorgen, dass diese Anzeige überhaupt funktioniert. Wäre für meinen Geschmack wichtiger. Vielleicht sollte man dafür sorgen, dass die Züge nicht hoffnungslos überbucht werden. Dass man noch einen Sitzplatz bekommt, wenn man einen auch gebucht hat. Und dann nicht einfach wie bei meiner Fahrt vor ein paar Monaten es läuft. Dass der Zug einfach mal diesen Waggon gar nicht dabei hat, wo ich meinen Sitzplatz reserviert habe. Und wo dann vom Schaffner gesagt wird, ja kann ich auch nichts da machen, der Waggon ist halt nicht da. Also da gibt es so viele Baustellen, aber immer schön fancy, fancy, muss toll aussehen und alles. Das ist richtig, damit der Popo ja weich sitzt. Halt den Pöbel ruhig oder was soll das jetzt bedeuten? Ich kann es nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Schreibt eure Meinung gerne rein. Jetzt bin ich raus, ich wünsche euch noch was. Haut rein, schönes Video, abonniert den Kanal gerne. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.